herzlich willkommen zurück in der welt des drug drivers bei truck driver hier wir sind bei dieser charlie sowieso angekommen und müssen jetzt mal gucken was wir für ihn tun sollen unsere ersten aufträge bekommen wir hier charlie dover du bist also der neue fahrer was mal sehen was du drauf hast hey neuling fangen wir mit einem einfachen auftrag an ja weiter ich mache mich sofort an die arbeit der anhänger steht draußen fahr damit zu meiner lagehalle um die ecke nur um die ecke das klingt aber nicht gerade aufregend schauen wir erst mal wie du dich an hierbei anstellt dann sehen wir weiter so geht sogar auf zeit ich nehme an du bist der anhänger was denn jetzt und das ist halt der unterschied zu ets 2 du musst dich einen ruf erarbeiten kannst du also nicht einfach sagen die ich übernehmen dem den auftrag auch mehr kommen macht auch kein sachen dann falschen an richtigen seite ja ja da haben wir direkt noch verkackt fängt ja gut an aber wollt ihr mich verarschen hier dann könnte ich den anhänger nicht angucken deswegen mache ich ja ungern diese kammerperspektive nähe zu nehmen um einzuparken oder anzukuppeln wie war das jetzt mit r3 ich hatte doch dreiecke drückt man so und 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 So, hier rein. Und wo willst du denn hinhaben, da hinten. Also das haben sie sich wirklich von ETS2 abgeguckt, diese, zeigen wir ihnen mal wo da hinkommen soll. Wieso, wieso, wieso. Mit besser meine ich genauer. Okay. Okay. So, Nerkroft. Das müssen wir uns aber nur abgewöhnen. Das Fahren in dieser Kamera Perspektive. Nicht schlecht. Und ein Transport, gut Container. Oh, ist doch Nacht. Und ich sehe oben, wir sollten langsam mal schlafen. Was heißt, Karte mal angucken. Hier können wir tanken. Das ist mir jetzt arschweit weg. Da ist unsere Garage. Wo wir auch schlafen können. Ja, fangen wir da nochmal hin. Gucken wir uns die Garage auch mal an. So, Moment mal eben. Mal. Das. Nein. Äh. Äh. Nicht dich. Dich wollte ich einschalten. Ja. 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 Regnet das schon wieder? Ich hab so ein bisschen das Gefühl. Boah, Junge, du willst jetzt aber nicht so vor mir her schleichen, oder? Scheiße. Geht bergauf. Da komme ich nicht an ihm vorbei. Das ist halt eine alte Mühle hier scheinbar. Ja, und wie gesagt, dieses Repetierungssystem, also erarbeitet dir erstmal einen Ruf. Und so, das hat mich schon ein bisschen gereizt hier an dem Game. Weil, wenn ich das im Trailer auf der PS, also Playstation Store, da gibt es ja immer ein kleiner Trailer zu dem Spiel, richtig gesehen und verstanden habe, gibt es hier wohl auch Schmuggelgut darin. Da stand irgend so was wie, wollen sie schnelles Geld verdienen. Boah. Und deswegen, habe ich gesagt, hole ich mir das Game auch, obwohl ich ja ETS 2 habe. Ich hoffe mal, das regnet jetzt nicht komplett ist im Game über, sondern dass es auch mal Sonnenschein gibt. Aber wie gesagt, das sind diese Kleinigkeiten, die mich jetzt... Ja, ja, niedriger Ausdauer, ich such gerade schon mein Bett auf. Ähm... Dazu bewegt dann dieses Spiel auch mal zu kaufen und zu spielen. Zudem, wie gesagt, alle die nur eine PS4 haben, aber gerne Truck fahren würden, können sich hier jetzt einen Eindruck von dem Game machen. So, wir müssen gleich links ab. Grün, 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 grüner wird es nicht. Hände auf 10 vor 2. Okay. Hier rein. Also klar, wie gesagt, man kann noch viel verändern und verbessern an dem Game. Vielleicht wird es ja auch, dass wir wie beim ETS 2 nach und nach daran arbeiten, die Spielwelt zu vergrößern und und und. Was mir hier allerdings auch gefällt, ist die Städte. Die sind doch größer wie im ETS 2. Also man hat wirklich den Eindruck, man fährt auch wirklich in der Stadt und ist nicht nach zwei Sekunden schon wieder durch. So, geradeaus, 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 geradeaus. Aber gerade Vorsicht achten. So, das ist unsere Garage, okay. Okay. In die Garage können wir euch ja mal nicht fahren. So, Garage betreten. Okay, das ist unsere Garage, okay. Hoi, um Motion Cruiser. Der LKW ist ausgerüstet, okay. die sind alle gesperrt es gibt doch schon eine schöne auswahl an lkws wie man sieht halt wie gesagt keine originalen zumindest kenne ich diese marke nicht aha reparieren kann man reifen wechseln nein ich wollte nur mal gucken wie das ist farbe promotion cruiser sonnengelb haben wir nur alles klar landstrecken frontkante ach da unten war mir nur die farbe langstreckenkabine kurzflügel alles klar motoren nach 260 kW gerade mal junge junge ok aber ja möchte ich wo kann ich jetzt hier schlafen hier stand doch irgendwo da hinten ist doch mein bett angezeigt nein ich will die garage nicht betreten ich will mal um die garage rumfahren ob da vielleicht mein bett ist tatsächlich so schlafen motor aus und gute nacht vier stunden nur alles klar so komm ich hier rum jetzt um unsere kaschämme rum nein komm ich natürlich nicht okay tank sieht noch ganz gut aus dann lasst mal was schauen fähigkeiten ach mango grün wird danach freigeschaltet wenn wir 15 km gefahren haben okay so motion fahrer upgrade benötigt erhalte ein x-belieb bonus für erhaltene eps ist gesperrt von motion driver ach auf geld ist das okay so karte frei erkundbare karte stand da ja dann fahren wir doch einfach mal hier gegenüber fahrer zu ihm und gucken was er für aufträge hat da kommt keiner hallo wo muss ich denn hier hin oh die wollen keine geschäfte machen alles klar fahren wir weiter und fahren wir mal geradeaus bei ihm gucken da ist wenigstens ein pfeil auf dem boden wohin ja doch sieht gut aus ich denke mal hier können wir noch nichts machen weil wir noch kein weil unser ruf noch nicht gut genug ist das bedeutet dann karte dass wir in der nächsten folge zum guten charlie dover zurückfahren er kennt uns er hat ja gesagt komm wieder wenn du bereit bist für den nächsten auftrag oder für den neuen dann werden wir uns halt da versuchen unseren ruf zu verbessern so ich packe jetzt hier noch so wunderbar motor aus ich bedanke mich für euer interesse wünsche euch noch alles gute was ihr heute am montag 17 februar noch wochtel nach elf ungefähr morgens was ihr da noch vor habt und ja viel spaß dabei ich darf nachher noch arbeiten aber das ist mein problem mir bleibt nur ein zu sagen bewertet das video kommentiert das video und helft mir dem kanal so am besten ansonsten bis zum nächsten mal arrivederci winke winke und goodbye euer dein Aiden Kroft